Es ist sehr schwer männliche und weibliche Jaguar zusammenzubringen. Weil es gefährlich ist. Sie könnten sich sehr aggressiv verhalten und bis zum Tod gegeneinander kämpfen. Die Babys werden bei ihrer Mutter bleiben bis zum sechsten Monat, vielleicht auch etwas länger. Sie wird sie dann großziehen und sich um sie kümmern. Danach werden wir sie an andere Zoos verkaufen.